Die IG Metall erklärt Leiharbeit. Das ist Herr Sturm. Er ist Unternehmer. Die Sturm GmbH produziert Steuerungen für Windkraftanlagen. Windkraft boomt und so hat Herr Sturm den Zuschlag für einen Großauftrag erhalten. Toll, denkt Herr Sturm. Aber wer soll das alles schaffen? Weil ihnen kurzfristig Leute fehlen, stellt Herr Sturm den Elektriker Klaus ein. Klaus kommt von einer Leiharbeitsfirma. Das bedeutet, Herr Sturm kann ihn jederzeit an die Verleihfirma zurückgeben. Außerdem kostet er viel weniger als sein Festangestellter. Herr Sturm ist zufrieden. Er kann weiter produzieren und spart sich auch noch einen Sack voll Geld. Das merkt vor allem Klaus. Obwohl er in seinem Team genau die gleiche Arbeit leistet wie alle anderen, bekommt er am Monatsende 40% weniger Gehalt. Kann doch nicht wahr sein, denkt Klaus. Doch, und zwar deshalb. Der Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie gilt nur für die Stammbelegschaft. Für Klaus gilt ein schlechterer Tarifvertrag. Der für die Leiharbeitsbranche. Na toll, denkt Klaus. Gleiche Arbeit, gleiches Geld, nicht für ihn. Auch für Herrn Sturm läuft es noch nicht optimal. Ausgerechnet jetzt geht einer seiner Angestellten aus gesundheitlichen Gründen in den Vorruhestand. Sturm braucht dringend guten und günstigen Ersatz. Und was ist günstiger als Leiharbeit? Halt so leid Sturm, Inge aus. Klasse, jetzt spart er doppelt bei gleicher Leistung. Klaus und Inge finden das gar nicht toll. 40% weniger Lohn ist nämlich noch nicht alles. Weil Herr Sturm sie vielleicht schon bald nicht mehr benötigt, können sie kaum langfristig planen. Eine eigene Familie, ein fester Wohnort und größere Anschaffungen bleiben so träum. Klaus und Inge finden, dass Leiharbeit nicht billiger sein darf als reguläre Beschäftigung. Ein Branchenzuschlag für Leiharbeiter könnte die Entgeltlücke fast schließen. Damit bekämen Leiharbeiter den gleichen Lohn wie alle. Um Missbrauch zu verhindern, sollte Leiharbeit außerdem auf das beschränkt bleiben, wofür sie einmal gedacht war. Produktionsspitzen abzufangen. Das finden auch die festangestellten Kolleginnen und Kollegen von Klaus und Inge. Ihre Forderung? Der Betriebsrat muss ausdrücklich zustimmen, ob, wie lange und wie viele Leiharbeiter eingesetzt werden. Tarifrunde 2012 Leiharbeit fair und gerecht gestalten